Heute nochmal das Thema Multivibrator, aber so abgewandelt, dass sich seine Schwingfrequenz stufenlos über eine Spannung einstellen lässt. Der astabile Multivibrator als spannungsgesteuerter Oszillator. Bei der Ausgangsschaltung hängt die Schaltzeit von den Kondensatoren und den Basiswiderständen der Transistoren ab. In der erweiterten Schaltung werden die Basiswiderstände durch steuerbare Widerstände in Form von zwei Transistoren ersetzt. Die Basisanschlüsse von Transistor 1 und 2 liegen über R2 und R3 genau auf der halben Betriebsspannung. Gesteuert werden die beiden Transistoren über die Veränderung des Emitterpotenzials, das sich mit R1 einstellen lässt. Die Spannung wird von der Betriebsspannung abgegriffen und muss mindestens 0,7 Volt unter dem Basispotenzial liegen, damit T1 und T2 leitend werden. Höhere Spannungen stoppen den Multivibrator. Bereits kleine Spannungsänderungen haben relativ großen Einfluss auf die Frequenz. Interessant wird die Schaltung erst, wenn die Steuerspannung nicht von Hand eingestellt wird, sondern durch ein äußeres Signal. So entsteht eine frequenzmodellierte Schwingung am Ausgang. Ich habe hier einen Dreiecksgenerator angeschlossen. Vielleicht könnt ihr das Prinzip ja mal bei einem eurer eigenen Projekte anwenden. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Morgen sehen wir uns hoffentlich wieder.